So, Doomsigil 2, hab gleich mal was getrunken, meine Stimme irgendwie, bisschen trocken, ein bisschen das Wetter. Okay, ja, Level 2, ach ja, das mit den 3 Shotgunner, die gleich am Anfang zu warten. Das Problem ist, sie gucken uns gar nicht an, warum werden sie denn gleich auf uns aufmerksam? Was? Och ne, ist man ohne welche rein? Also wir haben noch 11% Leben. Und keine Munition mehr. Boah, Alter, ist das heftig. Das gibt's doch gar nicht. Ey, nee. Mann, wie soll man denn, wie soll das gehen? Jetzt lad doch mal. So, Alter, danke. Klappt auch nicht. Hätte ja sein können. Geht doch. Hä, hallo? Willst du mich ficken? Das war gerade der perfekte One und du stößt ab? Du, Gott, verdammt. Hier, ich weiß nicht, ob so ein Bild drin ist. Jetzt ist es ein Bild. Da. Danke dafür. Ey, ich fick dich so hart. Das war gerade der perfekte One, Alter. Ich hab Fick. Okay, noch 20 Mal versuchen. Nein. Oh, Alter. Das war klar. Ich krieg den, ich krieg den Bezielen. Ja, wie viele kommen denn hier? Wie viele kommen denn hier? Ja, hier sprechen aus. Das ist natürlich auch eine kacke Idee. Wie viele kommen jetzt noch? Hallo? Ah, da sind jetzt schon wieder so ein Schalter-Dings. Ähm, was? Äh, lol? Secret. Können wir gut gebrauchen, auf jeden Fall. So, von hier werden wir abgeschossen. Digga, wie kannst du mich, wie hast du deine Mutter? Alter, ey. Man kann sich hier nicht mehr verstecken. Nein. Boah, ey, der kriegt ne Krise. Erst auf den Wechseln. Jetzt den da zerficken. Und jetzt hier. Digga, da kannst du aber auch echt Aids bekommen. Äh, ich halte, bis wir jetzt immer noch drücken. Genau. Boah, ey, also Doom's Seagir ist definitiv nice. So, es gibt wieder vier Secrets. Okay, jetzt müssen wir uns am Anfang angucken, dass wir die alle finden. Hier schon mal nicht. Ähm, gut. Das Ding habe ich ausgelöst. Gibt es hier noch mehr, was man auslösen kann, außer den Schalter da? Ne, ich halte, kann man nicht auslösen. Wow. Hä? Ach, oh. Ja, klar. Ich habe gerade auf die, auf die, auf die, ne, also auf die rechte Anzeige, äh, äh, ähm, auf die hier geachtet. Dachte mit Null, dabei ist ja das hier unseres, was wir gerade im Magazin drin haben. Ich sag's, ich habe schon zu lange Kidoo mehr gespielt. Ich bin komplett aus der Fassung. Äh, ich werde mich trotzdem erstmal an die Shotgun hier halten, einfach weil wir davon mehr Munition haben. Ernsthaft war's nicht derart jetzt. Legen, mich. Ah. Oh. Ehm. Oh. 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 Hallo? Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie kann ein Mate so schlecht zielen? WTF? Für den haben wir viel zu viel Munition. Nein, 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 nein. I hate you. Nein! Ähm. Aha. Boah, ich krieg ne Krise. Wo sind wir eigentlich der andere? Hier waren noch zwei Lost Souls. Einen hab ich erledigt. Die Frage ist, wo ist der andere? Lol. Da lag ich grad instinktiv richtig. Die Frage ist, wo kommt man hier? Jetzt sag ich, das ist hier alles Secret. Ähm. Nein. Hä? Oh. 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 Wow. Okay. Nice. Speichern. Hehehehe. You are fucked. You are fucked. You are. Ne, komm. Die Munition hebe ich mir lieber auf. Ähm. Ach scheiße, seht ihr? Ich habe mir am Anfang komplett vergessen, Backpack zu geben. Äh, nein. Nein, das ist... Summon, glaube ich, ne? Backpack. Boom. Fuck. Gibt's nicht. Dann vielleicht doch Gif? Ne, ne, doch. Warte hier. Bei Doom war es doch mit Summon, oder? Gif. Jetzt nicht komplett. Hallo? Gif me? Warum geht das nicht mehr? Ähm. Wow. Ach, äh, warte mal kurz. Kann sein, dass es hier ohne Backslash war? Also ohne Slash? Ja. Boah, Alter. Ich hab definitiv zu lange Kid Doom mehr gespielt. Bam. So, unser Backpack haben wir vollkommen vergessen zum Anfang zu geben. Wo ist denn der hin? Ach, da unten. Also, als könnt ihr wissen, von dem nächsten Level... Oder wisst ihr was? Ja. Warte mal, ob das reicht. 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 Es ist draußen einfach zu hell. Das wird hier nichts. Weil Doom Sigil ist halt wie alles. Also, man merkt schon, vom Design her, es ist halt an Doom 4 angesiedelt. Nee, an Doom 3. Äh, also Doom Episode 3 meine ich jetzt. So, von Ultimate Doom. Äh, von daher relativ dunkel. Und eben, wenn die draußen Sonne ist, ich sehe den Scheiß. Oh ja, doch. Ist schon besser. Okay. Ach, jetzt warte mal. Ach, loo. Okay. Die Frage, es gibt ja jetzt noch mehrere. Gibt es auch noch was? Boah, Alter. Von, 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 von dieser Kante? Das ist schon richtig, rutscht man extrem leicht runter, was ja auch logisch ist. Ähm. So, die Lappa halten. Warum kann ich hier nicht springen? Der ist so 80. Okay, gibt gar nichts mehr. Boah, Alter Leute. Hallo. Trap an. Trap an. Ach, der nicht. Oh, Alter. Ah. Fuck you. Hä? Och, man, ich hab' auch hier. Weiße. Okay. Jetzt bleiben wir hier oben. Bam. Was war das gerade? Shotgun. Hey, weißt du, ist das wirklich genau der Bereich? Von dem aus. Von da kamen wir doch. Ah, hier gehen wir noch einen Weg lang. Okay. Okay, hier war das, wo wir gerade langgelaufen sind. Mit dem Secret. Heißt also, genau, in die Richtung müssten wir jetzt gehen. Da ist er am Ende, da war der rote Key. Hier gibt's auch nichts mehr. Das heißt also, wow. Lol, sieht geil aus. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwo anders lang. Ich probier's mal hier diesen Geheimweg. Den hier. Mal gucken, wo wir hier lang kommen. Klappe. Okay. Okay. Hier ist auch zu. Ah, hier ist ein Schalter. Hi. Hi. Keine Chance. Gibt es noch einen anderen Weg? Aha, hier gibt es noch einen Weg. Ah, hier sind Schalter. Was? Oh nein. Ähm, na. Ja, wow, das war nice. Nice try. Ich hätte vor allem gerne mal eine Pistole irgendwie, ja? Wir kriegen ja keine Pistole, kenne ich kein, gar nichts. Mann, Alter. Ah ja. Okay, es gibt also zwei Möglichkeiten. Einmal, wir gehen hier lang und machen das ganz schnell, oder wir gehen die andere Seite lang. Ich probiere mal kurz die andere Seite. Die hier. Gucken wir mal ganz kurz. Quatsch. So. Genau so wollte ich das machen. So, jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Wir schanzen uns erstmal hier. Und gucken, ob hier alles frei ist. Hier kam erstmal ein... Also, das sieht doch geil aus. Nice. So, gucken wir erstmal. What the fuck. Also, was ist genau? Genau. Was macht dieser scheiß Hammer-D-Man hier? Dinger, wir sind wie wir sind im zweiten Level. Und ich ziele wie fuck. Nein! Oh, Mann, ey. Wah, hallo? Okay, wir haben schon wieder zwei von vier Sequels. Na komm, von wo, von wo, von wo, von wo. Na ja, komm her, komm her. Komm. Schlechte Idee. Aber kann sein, dass ihr hier gar nicht durchkommt. Hallo, da kommen wir gar nicht durch. Hallo. Hallo. Wow. Nicht hier an der Nase kratzen, wenn gerade hier... Super. Wenn gerade die Hölle zusammenfricht. Von wo kamen die eigentlich? Ist doch alles offen gewesen bereits. Okay. Haben sich wohl rein teleportiert. Okay, so the question is, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hier muss ja irgendwas sein. Ähm. Aber klar. What the fuck. Tutela, hi. Nee, brauche ich nicht. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Wir haben jetzt, äh, den roten, äh, einen roten Skull. Selten sie sich nicht secret. Ich versuche mal dahin zu rennen. Was? Man wird teleportiert? Der cyberdemon, der macht wie gaga. Hier soll es ein secret geben? Ja, auf der anderen Seite. Also doch da oben. Boah, Alter, ich muss mal so oben bleiben. So, die Frage ist... Hier soll einfach ein secret sein, aber ich finde es nicht. Das müsste doch eigentlich diese Wand da sein. Ja, doch, das müsste die Wand sein. Ja, genau. Ja, hier, die Wand. Die muss ich sein. Hörte mich! Hörte mich! Hörte mich! Hörte mich! Wir müssen in die Richtung. Klar, Richtung... Also Richtung Cyberdemon. ... Let's go! Da, da, da! Ist das was Rotis? Nee, von hier kommen wir doch! Ja klar, eh, von hier kommen wir! Wow! Ähm... Ja, ist der Schalter hier, den wir gebrückt haben. Na super! Okay, the question ist, was müssen wir tun? So, die Wir gehen mal wieder Richtung Anfang Hier haben wir die roten Key überhaupt her Da ist noch ein Teleporter Achso, das war der, wo wir schon drinnen waren Na super Ne, gibt es auch keine weiteren Sachen Oha Aber wo zur Hölle sind wir denn hin? Wo haben wir überhaupt gestartet? Ah, okay Ach Das ist der Startpunkt Ich habe hier noch kein Secret Was? Dinger Hat es vergessen Der Cyberdemand ist am Startpunkt Lol Müssten wir uns in die Lave spielen und den Ufo an den Stein lang handeln oder was? Das ist ja richtig Gut, ich versuche mal da Richtung blaues Vier... äh, diesen... Hier hin zu laufen, da ist ein blaues Viereck Nein, vielleicht ist das ein Teleporter Der uns irgendwo hinfriegt, wo wir hin müssen Fuck you Ich kann die Telefraken? Ich kann die Telefraken? Müll ihn, Digga? Äh, da lang ist es noch Hä? Okay, die Frage ist, wie Telefraken wir ihn? Irgendwo muss da ein Teleporter sein? Okay Einfach hinlaufen und das passt schon Jetzt sind wir wieder hier Und jetzt? Müssen wir da hoch? Ne, da oben waren wir, das war... Ne, war nicht Boah, also ich gehe überhaupt nicht mehr durch Ich habe keinen Plan Waren wir da oben schon oder waren wir da jetzt noch nicht? Müssen wir da hin? Wenn ja, wie kommt weiter hin? Ähm... Fragen über Fragen und keine Antworten Das ist aber auch nett Boah Ich versuche mal hinzulaufen in die Richtung Ja doch, das war der Bereich, wo wir waren Ja Ah, ah, nee, doch nicht Ja, genau Da war der Startspot Und der Schalter Das ist der, den wir vom Anfang aus gesehen haben Denken, da habe ich mich die ganze Zeit hier komplett falsch orientiert Das wird nichts, schade Die Frage der Fragen ist jedoch Was müssen wir jetzt machen? Gut, immerhin ist der Cyberdemon weg Wir können uns jetzt also hier in Ruhe orientieren Also, äh Äh, erkunden Dennoch besteht nach wie vor natürlich die Frage, was wir machen müssen Danke dafür Also, wer eine roten Skulp Mit dem waren wir in dem Raum In dem Raum haben wir aber nichts gemacht Oder haben wir einfach nur irgendwas übersehen Irgendwas muss doch passieren Ich meine, aber hallo Irgendein Grund muss doch dieser Raum gehabt haben Abgesehen des von dieser blauen, äh, Sphäre Hier muss doch irgendwas sinnvolles sein Wofür wir die rote Karte gebraucht haben Ah, wow Okay Langsam komme ich wieder rein Wow Alter, der aufs Wort muss ja erstmal kommen, ey Heißt also, man muss bei Doom Seagil tatsächlich die ganzen Boni, die überall rumliegen Muss man einsammeln, weil das gleichzeitig die Träger sind, um im Level weiterzukommen Das ist ja richtig Bullshit Und da ist endlich mal einer mit einer Pistole Kriegen wir endlich mal eine Pistole Ist das geil Ich hab Fick mein Leben Aber nicht diesmal Schau mal, Frau